Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Ich Awardige Steiner ist nicht erfolgt. Ich glaube, ich gebe dir, dass man zu einem StGB-Fahrer war. Ich habe mich unconkern in Me Mak die StGB-Fahrer wandelang in einem StGB-Fahrer war. Ich habe ihn nicht erfolgt. Ich habe mich mit einer StGB-Fahrer-Fahrer gewonnen, da ist die StGB-Fahrer gewonnen. Ich habe mich mit der Eci-Evon, in einem StGB-Fahrer gewonnen. Das bleibt mir im Raum. Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Mardin! Sie sind mein Befehl zu widersetzen! Oh mein, ist das einfach gekommen! Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverrächtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie verblühen... Ist das Feiglinge? Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolch des deutschen Volks! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behindert! Es hat mir Geld nur als festgelegten Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Hörloffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volk! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Tun Sie, was Sie wollen! Tja, was Sie wollen! Fark. hood Puh! Puh! Keine Bude! Puh!